Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr die Funktion Teil bei Excel benutzen könnt. Und zwar habe ich eine kleine Tabelle vorbereitet und zwar ist das nur eine ganz normale Namensliste und einfach durchnummeriert, Vorname, Nachname. Und was ich möchte, ist zum Beispiel vom Vornamen einfach die ersten zwei Buchstaben herauszuziehen, zu extrahieren und das geht super einfach. Ich gebe hier einfach ein Gleichheitszeichen ein, um später die Funktion halt sofort auszulösen, dann der Funktionsname, Teil, Klammer auf und hier unten bekommen wir ja schon angezeigt, welche Parameter erwartet werden und zwar einmal der Text, ist ja dieser hier und dann müssen wir einen Semikolon eingeben und dann erstes Zeichen. Und das erste Zeichen, also hier steht erstes Zeichen, ist dafür da, um erstmal festzulegen, ja was möchte ich überhaupt als erstes rausziehen. Wirklich den ersten Buchstaben, den zweiten, den dritten, den vierten oder fünften. Ich möchte den ersten rausziehen, also gebe ich eine 1 ein. Möchte ich zum Beispiel erst ab dem A anfangen, muss ich dann eine 3 eingeben. Ich gebe ein Semikolon ein und dann die Frage, also der dritte Parameter, Anzahl der Zeichen. Ich möchte gerne zwei Zeichen haben, also gebe ich eine 2 ein und werde das Ganze jetzt mit einer schließenden Klammer abschließen. Wir werden das Ganze gleich noch ein bisschen verketten, aber ich erkläre das ganz kurz nochmal. Als erstes das Gleichheitszeichen, um die Funktion auszulösen, dann der Funktionsname, wir wollen ja ein Teil haben, das heißt wir geben ein Teil, Klammer auf und dann B2, das sind die Koordinaten von dieser Zelle. Dann, welches Zeichen soll zuerst ausgegeben werden, das ist bei mir das erste schon und dann wieder ein Semikolon und dann die Frage, wie viele Zeichen sollen ausgegeben werden. Ab dieser Punktposition natürlich. So, wenn ich jetzt Enter drücke, dann bekommen wir CL, das ist vollkommen okay. Wenn wir das Ganze hier runter kopieren, mit diesem kleinen Anfasser hier unten, einfach mit linker gedrückter Maustaste das Ganze runterziehen, dann haben wir überall sozusagen jetzt die ersten beiden Buchstaben rausgezogen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel so machen wollen, dass, ja, meinetwegen, keine Ahnung, falls jemand das für eine Datenbank benutzen will und das wirklich nur mit zwei Zeichen vorne haben will und dann den Nachnamen, dazwischen noch ein Punkt, der kann das auch ganz einfach machen. Ich klicke ja mal doppelt drauf und werde jetzt hier noch was anhängen. Also wie gesagt, das eigentliche Tutorial ist eigentlich jetzt durch, aber wir hängen jetzt gleich noch ein bisschen was ran, damit das nicht ganz so langweilig ist. Wir können das jetzt zum Beispiel so machen, dass wir mit einem UND-Zeichen noch weitere Sachen hinzufügen können. Und zwar werde ich jetzt einfach sagen, okay, die ersten beiden Zeichen UND, und das müssen wir jetzt mit Anführungszeichen machen. Ich möchte nämlich, dass nach dem CL ein Punkt kommt und ein Leerzeichen und dann der Nachname. Das heißt, nach dem UND gebe ich Anführungszeichen ein, dann den Punkt, ein Leerzeichen und wieder ein Anführungszeichen. Das ist ganz wichtig, also ein Punkt, ein Leerzeichen und das in Anführungszeichen, damit das als Text sozusagen dann halt weitergeführt wird. Dann wieder ein UND-Zeichen und jetzt können wir die Nachnamen mit einbinden. Das heißt, wir klicken hier rauf, bekommen dann die Koordinaten von dieser Zelle und sind auch schon fertig. Ich schicke das mal ab mit Enter und ihr seht, so sieht das momentan aus. Die Zelle ist markiert über den Anfasser, hier unten rechts eine Hacke, mit gedrückter linker Maustaste, ziehe ich das Ganze runter und dann sieht das Ganze so aus. Ich klicke hier nochmal doppelt drauf, dann schauen wir uns das ruhig nochmal kurz an. Gleicher Zeichen, um die Funktion auszulösen, Funktionsname, Teil, wir wollen ja ein Teil, und zwar von der Zelle B2 möchten wir ab der ersten Position zwei Zeichen haben. Anschließend wollen wir noch ranhängen, deswegen das UND-Zeichen, und zwar in Anführungszeichen möchten wir ein Punkt und ein Leerzeichen haben. Also es wird ja nur der Punkt und das Leerzeichen eingetragen. Wichtig ist, dass das in Anführungszeichen steht, damit Excel weiß, okay, jetzt kommt noch ein Text dazu. Dann noch ein UND-Zeichen, das zeigt, okay, wir wollen noch etwas mit ranhängen. Und dann die Zelle C2 für den Nachnamen, das sind die Koordinaten für diese Zelle. Wenn ich Enter drücke, dann passt das, und wenn wir uns das hier unten nochmal anschauen mit einem Doppelklick, dann sehen wir, passt sich das alles, weil es sich um relative Bezüge handelt, ohne Dollarzeichen und so weiter, passt sich das entsprechend der Position an. Und deswegen stimmt das auch in jeder Zelle. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich natürlich auch immer über einen Daumen hoch, ohne Frage. Und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dahin. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.